Bevor das Video losgeht, die einen oder anderen haben das Thumbnail gesehen, das ist ein Thumbnail, was zum letzten Epic Moments gehört, also falls ihr euch wundert, was das bedeutet, schaut euch das letzte an, jetzt viel Spaß beim Video, war eine Haufen Arbeit, ich bin gerade ein chill bei einer Eier, folgt mir auf Instagram, wenn ihr das sehen wollt, haut rein und wir sehen uns das nächste Mal. Pause, stopp, nicht bewegen. Ey, ich seh das. Und jetzt? Boots, 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 boots. Epic Moments. So, ich bin durch dann, easy, wir spielen jetzt 1 gegen 1, Leute. Äh, ja, gut. Penel, oh, guck, easy win. Leute, wisst ihr, falls mein Aim gerade nicht so gut ist, falls es auf you, chill, ich bin nicht mal drin, okay? Du, du bist hier die Camperin, komm mit raus, steht da und warte, die f***. Guck mal, Leute, falls mein Aim gerade nicht on point ist, ja, andere würden sagen, es wird eventuell ein bisschen Sachen liegen, aber es ist einfach nur, weil es mein, es ist game ist. Ich bin einfach on point, ich hab noch nie das Game so gefühlt wie jetzt gerade. Ups. What the f***? Du bist einfach rumgekippt, schmrt. Ich sag, ich hab's einfach nicht so gefühlt wie jetzt gerade. Und du schluckst wieder. Du schluckst jetzt push, man. Ich hab doch gepusht. Soll ich hier push-ups machen, ja, okay, warte. Ich hab dann jetzt f*** dein Leben. Ich hab auch echt einen Push-up gemacht, das war das anstrengendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Du Camper und ich f*** dich trotzdem. Ich schwör' bei meinem Leben, was ist hier los? Ich f*** dich gerade mehr als eben ohne das Schnellfeuer und Großkaliber. Oh mein Gott. Sorry, ich bin ein bisschen gehypt, dass ich doch noch gewinne. Oh mein Gott. Du Flöte. Du Flöte. Oh mein Gott. Nee, jetzt hast du auch noch geschluckt. Oh mein Gott. Das hab ich den Mund richtig voll genommen gerade, ohne Witz. Drecksniggas. Was? Du bist auch so ein Drecksnigger, Alter. Ich schwör, ich hab keinen Bock. Nee, das kann nicht sein, dass ich in den Zustand gewinne, ohne Witz. Ja, du bist halt ein Scheiß-Spaß. Scheiß-Spaß. Hä? Ja, ich weiß. Was hat das damit zu tun, dass ich dich absolut vergewaltige? Das ist ja echt, das ist FSK 18, was das hier ist. Das ist fucking FSK 18. Ich hab safe angezeigt wegen Vergewaltigung noch mal 1 gegen 1. So Mann, jetzt mal no joke. Keiner ficken so wie du, das ist so krass. Das war, was sie sagten, ja. Ja, irgendwie, äh. Ich bin halt einfach echt... Ich bin halt einfach echt... Ja, aber einfach auch echt der Boss im Zocken. Ja, wenn das auf YouTube kommt, zeig ich dich ja. Oh Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, dafür muss ich mich hinlegen, Alter. Ja, okay, komm. 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 Boots. Oh. Ey, nee, 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 hier. Nein. Boots, Alter, gar kein Problem. Ja, du Camper, sagst du mir, ey, du campst immer, stehst du an der Base und wartest. Man muss sich ja anpassen. Du bist gefühlt 6 Meter gegangen in diesem Game, weil du immer stirbst, bevor du Meter gehst. Leider aber. Komm mit Fäusten, Mann. Okay, okay mit Fäusten. Okay. Okay, komm. Warte, ich bin noch weak. Warte mal, dein Helm verwirrt mich. Warte mal, hast du so viele Augen. Boots. Boots. Oh. Was? Boots. Easy, gar kein Problem. Gar kein. Oh, warte mal, warte mal, ein Fenster ist auf. Ich habe Angst, dass mein Nachbar das weg ist. Ja, komm. Oh, ich bin weak. Me, 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 me. Ja, ich habe geboxt. Boots. Boots. K.O., Alter. Gar kein Problem. Ja, ja, alles easy. Ich putze dich weg. Boots. Boots. Easy. Okay, was tut im Hals weh. Jetzt mach ohne Boots, Mann. Okay. Boots. Okay, ich auf. Einmal ohne Boots. 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 Bodenboots, Alter. Der Baby, Alter. Ey, was machst du denn? Ey, 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 das habe ich gesehen. Leg dich hin. Boots. Boots. In deine Fresse, Alter. Dummes Stück Scheiße. Nicht so viel, Alter. Oha, das war ein Luftputzer. Oha. Geht direkt auf Ninja. Ey, kein Ninja. Wow, was machst du für Ninjas? Fah. Lass mich kurz einmal putzen. Ein Moment. Boots. Okay. Sorry. Musst du kurz einmal. Das war ein Luftfilmsfunk. Ich bin 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 ein Luftfilmsfunk.